Sie sehen etwas mitgenommen aus, aber doch nicht so verbraucht. Wir grüßen euch herzlich hier. Ehrenkommandant Erich Chan, defiliert zu eben an der Ehrentribüne vorbei. Und wir begrüßen jetzt unseren Musikverein Thüringen unter der Leitung von Dürgen Berliak, Stadtführer Skab Christoph. Jetzt sehen wir die Ortsfeuerhe Lauterach. Und als nächstes, meine Damen und Herren, sehen Sie wieder einen Löschkreis, und zwar den Löschkreis Rhein-Delta, Geissau, Höchst, Fussach und Hart. Höchst übrigens, die Heimatgemeinde unseres Herrn Landeshauptmann. Mütig! Wenn man bedenkt, meine Damen und Herren, Dünz ist ja nicht so groß, aber schauen Sie sich diese Feuerwehr an. Da kann ja nichts mehr anbrennen. Und als nächstes, meine Damen und Herren, einen kräftigen Applaus für den Sieger und den Gewinner des Goldhelms. Schniefis, die Ortsfeuerwehr Schniefis. Wir gratulieren. Applaus www.signia.se www.signia.se Vielen Dank.